Wie sieht's aus, wollen wir uns Wollen wir uns alle an der Base nochmal treffen oben? Vor mir ist ein Spieler im GD mit einer Waffe Töten, töten, töten Ich hab keine Waffe Okay, scheiße, scheiße Ich hab ein Magazin Für eine 4-5 oder so Ich glaube, er hat mich gesehen Hup 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 Komm her, komm her, komm her Ja, ja, geil Well, I'm not sure if I will leave you Of course I don't see it I think I will just get sniped Wenn I climb up there No, no, you can believe me Go through what I'm gonna do Is I'm just gonna leave anyway Oh, okay, thanks for your tip Ja, sicher Was meint er? Egal, ich probier's, wenn ich tot bin, wenn ich tot Ähm Ist irgendwo auf dem Dach Eine Waffenkiste wäre Das abkehrt ihr einfach so Hm, das hab ich mir auch gedacht Aber Fuck him Ich hab ne PKM gefunden Jetzt muss ich ihn nur noch wieder finden Ich bin in Berenzino Hab bisschen Schiss Ich hab gehört, irgendjemand findet jetzt ne Heli Ich find jetzt gerne einen Hunter Wenn ich jetzt irgendeine Info hätte, wo der hin ist Kann ich den abknallen oder was? Ja klar Ich will den Gili Achso, na dann Und er hat nur ne Schrotflinte Knallen ab Wenn ich ihn finde, garantiert Also ich probier's Ich hab ne Kettiver gefunden Ich hätte gern irgendeine Waffe Jupp Ich fühl mich so wie er los Ich hätte gern ein Fahrzeug Und ne kleine Garage, wo wir das Fahrzeug reinstellen können Machen wir morgen Morgen bauen wir die Base fertig Ordentlich looten Ja, wir müssen halt unten ne Garage hinbauen Oh, hallo, Mk48 Sonst passiert dasselbe wie mit dem Moskito Und zwei Magazine Checkbot Da Jungs, nehmt euch nach Müsst ihr das mal überlegen, Jungs Von nem Quad, nem Offroader, nem Bike Na Hellcat und nem Moskito Auf gar nix Eine Hellcat? Wow Das würde man eher sagen Drei, äh Traus Wie heißen die Dinger? Tarus Tarus Ja, aber leg doch mal Findet euch eh schnell einen Wir haben heute Was haben wir? Vier Helis haben wir gefunden Zwei Fahrzeuge Ich finde bei mir Aber so die Bilanz Was davon übrig geblieben ist Ist halt nie krass Ja, das ist das richtige Wir wollen nur die richtigen Leute damit fliegen Okay, jetzt hab ich auch noch Einen großen Rucksack gefunden Es fehlt mir nur noch die Gilleschute Also bin ich jetzt der Einzige Der sinnlos zur Base-Rend Ne, ich bin auch schon unterwegs Ah, ich sag mal die Rüste hat, ne? Ich hab übrigens einen Pampo, Jungs Also falls ihr mal krachen musst Ja, Rüste hat es in 10 Minuten Bei uns auf der Toilette oben, ne? Bei uns ein bisschen übertrieben hat, meinst du? Wenn es verstorben ist, wenn jetzt gleich für Nacht gewordet wird Wieso willst du Nacht, oder was? Na, ich weiß auch nie Aber alle, die so fett ausgerüstet sind Haben doch bestimmt Bock auf Nacht Weiß ich, Netze Sag mal so, sobald du in der Base ankommst, bist du fett ausgerüstet Musst du eigentlich sagen, dieser Nebel, der gerade eben war, hat mir ganz gut gefallen Dann hast du wenigstens Chancen, dass du nicht ganz direkt weggeschossen wirst, mitten in Elektro Das stimmt, ja Äh, ist die Gokro ähnlich, da? Oder hatte da jemand gebaut? Keine Ahnung Äh, bei Rock, oder was? Oder welche? Ja, wenn mich nicht alles täuscht, ja Sekundisch, ist du bei mir? Bitte? Äh, Rock ist zugebaut, ja, da hab ich das Motorrad gefunden Äh, ich hab grad Schüsse gehört Nicht auf mich Zubaut Der Gem erzählt ja bis runter, oder? Bis unterhalb von Damm Ja, oben hätte man auch geil bauen können Müsste ja Weil dann geh ich jetzt hoch zur Base und baue auch schon mal das Grundgerüst hin Ja Was wir morgen nur noch mit Metall verkleiden müssen Bauen wir am besten auf die rechte Seite vom Damm Ja, da wo noch Wald hinten dran ist, ne? Ja, einfach aus dem Hintergrund Da ist es deutlich angenehmer im Auto runterzufahren, weil es nicht so kantig ist Ja Also von uns aus gesehen auf der Map rechts davon Wenn du in die Base reinläufst rechts Okay Okay Wie, ich vom Futter wieder? Chips? Ne, ne Solady Okay Ich esse keine Chips Lüger Ich rauche auch nicht und trinke keinen Alkohol Du kleiner Lüger Ist sehr schädlich Warum lügerst du? Lüge nicht Wo waren hier die Scheißschüsse? Boah, ja, ich muss pissen gleich wieder Und da ist ein Leiche Wie weit hast du es noch zur Base? 1,3 Kilometer Das ist gut Ich habe noch 8,8 Ich habe gehofft, ich hätte vorher hier irgendwo nochmal eine Waffe gefunden Aber es sieht schlecht aus Ich werde von unbewaffnet in die Base gehen Denkt dran, bitte es richtig als Schleuse zu nutzen, falls ihr bekannt werdet Also Erste Tür rein Tür zu Abschließen Dann innere Tür Lol Was ist? Hier hat gerade einer angefangen zu singen Ist mit der Axt bewaffnet, in den Feuerwehrturm reingerannt Oben habe ich auch noch andere Wägen gesehen Und da, kommen wir runter Und der hat vorhin Bevor du ihn gekillt hast, hat er ihn gekillt Ich glaube, ja Ja, das heißt, die sind beide tot da oben Ne, da oben lebt noch einer Oder ist das der selbe Typ? Das ist wahrscheinlich der selbe Typ Das ist ein jihad Damm, ba-dee-dee-da-dee-damm Alter, ist der werte Typ Oh, da kommt ein nächster Spieler Ich bin gut Ich bin gut, ich bin tot Oh, ich bin tot Oh, ich bin tot Ich bin tot Ich hab den nächsten Oh, ich bin tot Oh, lol Ich hab ne Lynx Fuck on Da zieht das Gift zu mir rüber Komm schon, fast looten Fast looten, fast looten, fast looten Okay, übrigens Sicher? Ja Ich stand grad im Rauch, deswegen Weil ich den Typen gelootet hab Alter, so Ich hab nehmt mich gehofft Ich hab nehmt mich gehofft